Das ist ein Radio 1 Podcast. Mehr Informationen auf radioeis.ch Roger gegen Markus. Zwei Standpunkte, zwei Meinungen, zwei Welten. Roger Schawinski gegen Markus Somm. Exklusiv auf Radio 1. Präsentiert von Dun & Bradstreet. Ihrem Anbieter für Wirtschaftsinformationen. Egal ob bei Standarten, Risikomanagement, Marketing oder Compliance. Mit den Daten von Dun & Bradstreet liegen Sie immer richtig. dnb.com slash ch Roger gegen Markus. Erste Sendung nach den Ferien. Gute Ferien, Karl Markus. Sehr gut. Wir waren in Kanada, ein unglaublich schönes Land. Und gross. Lecht mehr. Banale Feststellung, aber Wahnsinn. Ja genau, von Küste zu Küste fliegt man etwa 5 Stunden, oder? Ja, wir sind vor allem immer, wenn du von der Schweiz kommst, dann fliegst du fast bis zum Nordpol auf. Und dann gehst du über ganz Grönland und nachher kommst du eben durch das ganze Territorium, wo jetzt dank Klimawandel dann sehr interessant wird für Kanada. Und das ist so unendlich gross. Und alles leer. Alles leer. Gut, also gut. Also, Ferien sind vorbei. Es geht weiter. Es hat eigentlich keine Sommerpause gegeben. Und wir müssen ein paar Sachen aufarbeiten. Wir reden zuerst über den Christoph Blocher und seine Russland-Sicht. Dann die Energiekrise Schweiz. Und den Trump und die von ihm versteckte Geheimakte. Also Christoph Blocher ist in den Schlagzeilen, hat skandalöse Aussagen gemacht, die Kolumnen in seinen Gratisblättern, wo er in die Häuser und Wohnungen spült, er hat umgefragt, in der Provinz vor allem. Und dort trauert er um namentlich bezeichnete russische, drei russische Soldaten, mit Bildern von ihren Angehörigen, die um sie berühlen. Alles sehr emotional. Und er schreibt unter anderem, «Die jungen russischen Soldaten wurden von ukrainischen Soldaten getötet. Diese wiederum wurden durch den Westen bewaffnet. Sogar mit Unterstützung der neutralen Schweiz, welche die schweizerische Neutralität brach und damit Kriegspartei ist. Und dann schreibt er wieder, die Schweiz hilft mit, dass blutjunge russische Soldaten sterben müssen. Also Mitleid mit Aggressoren, Angreifen, Vergewaltungen und Folterern, kein Mitleid mit denen, die angegriffen wurden. Du hast heute in deiner Kolumne das kritisiert, was überraschend ist, weil es ist, glaube ich, ein absolutes First, dass du Christoph Blocher kritisierst. Nein, leider ist es immer noch so, obwohl ich weiss, du tust dir Mühe geben, aber du hast noch nicht alles gelesen von mir. Mein ganz gesammelter Werk hast du noch nicht gelesen. Ich habe Christoph Blocher schon ein paar Mal kritisiert, ist in dem Sinne nichts Neues. Aber in der Form noch nicht? Nicht Neues, weiss nicht. Vielleicht hat er auch noch nie so aus meiner Sicht übertrieben und überzeugt, aber nein. Was heisst übertrieben? Nein, es ist völlig falsch. Es ist nicht nur falsch, es geht eben ins Geschmackliche. Es ist geschmacklos. Es ist die moralische Äquivalenz, wo er im Prinzip implizit, ohne dass er es ausspricht, anspricht. Russische Soldaten sind arme Sieger, die ukrainischen werden nicht einmal erwähnt und wer denn eigentlich verantwortlich ist für den Tod der russischen Soldaten in erster Linie? Ein Mann namens Putin kommt gar nicht vor. Der schweizerische Bundesrat hat also grössere Verantwortung. Da bekommt man das Gefühl über als Putin. Und das ist einfach... Aber es ist doch keine Äquivalenz, es ist umdreig. Vor allem der Angreifer wird freigesprochen, man tut sich um ihn kümmern, hat dort dann irgendwie eine Art Empathie und die Angriffen, die, die jede Nacht mit Terrorbomben zerstört werden, die Häuser und die Leute, die getötet werden in der Ukraine, über die kein Wort. Und wegen Putin, du schreibst dann, ja, Namen von Putin nicht erwähnt, wirkt kurios. Nein, das ist nicht kurios. Du bist einer, der mit der Sprache umgehen kann. Das ist eine Verniedlichung. Das ist skandalös. Ja gut, Asche, du bist jetzt halt ein bisschen mit den starken Worten, du bist ja bekannt als Polemiker. Nein, 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 du nicht. Nein, das ist doch nicht kurios. Das ist doch völlig falsch. Das ist kurios, weil es auch total berechnet ist und das schreibe ich auch ein paar Mal und das macht es ja auch so problematisch. Der Christoph Blocher ist einer von den intelligentesten Leuten, den ich sowieso kenne und einer, der sich irrsinnig gut ausdrücken kann. Und wenn er sich so ausdrückt, ist völlig klar, was er will. Was will er? Er will das alles offen lassen. Er will genau das geben. Und ich sage es noch einmal, es ist natürlich moralische Äquivalenz. Er unterstellt, die Ukrainer und die Russen sind moralisch gleich zu bewerten und das ist ein absoluter Unsinn. Das kannst du auch als skandalös bezeichnen. Das finde ich auch. Das finde ich passt überhaupt nicht zu der Situation, die wir haben. Wo es ganz klar ist, wer da Greissor ist. Es ist ganz klar, dass die russischen Soldaten bis jetzt dort sicher viel mehr Kriegsverbrechen zum Beispiel begangen haben als die ukrainischen Soldaten. Auch dort ist es, ja, es ist unerträglich, wenn man das so gleich setzt. Das meine ich mit moralischem Äquivalenz. Du hast unerträglich, das Wort habe ich jetzt erst mal gehört von dir. Das ist nicht kurios, das ist unerträglich. Also, man muss sagen, damit tut er eigentlich offenlegen, was er unter Neutralität versteht. Der Angriffer wird profitieren können, wenn man diese Art von Neutralität hat, die er vorschlägt für die Schweiz. Und die Angriffenen, die sind die, die darunter leiden. Genau das ist es. Und jetzt wird es offen und klargelegt und so. Und wenn er sagt, wir seien Kriegspartei, obwohl keine schweizerische Waffe dort ist, obwohl kein schweizerischer Soldat dort ist, und obwohl Russland das nicht einmal gesagt hat, wir seien Kriegspartei, dann verbreitete er da russische Propaganda, die ich skandalös finde. Gut, also russische Propaganda sehe ich nicht, das finde ich völlig übertrieben, aber der Punkt ist doch der, er versteht nicht das, was du jetzt vorhin gesagt hast, unter Neutralität. Er versteht schon, unter Neutralität neutral bleibe, um jeden Preis. Aber er ist während dem Kalten Krieg auch nicht auf die Art neutral gewesen, wie er jetzt gegenüber Russland plötzlich neutral ist. Er hätte doch nie gesagt, dass Afghanistan und Russland zwei gleiche Player sind und dass es die russischen Soldaten, die in Afghanistan kämpfen, die sind eigentlich Tote vom Westen. Das hätte er früher noch nie gesagt. Er übertreibt es total, weil er muss ein Problem, meiner Meinung nach, retten, wo die SVP sich selber eingebracht hat, dass sie so Mühe haben, die Sinnungsneutralität aufzugeben, weil die ist nämlich gar nicht nötig. Es war immer Tradition in der Schweiz, wir sind nie gesinnungsneutral gewesen. Es ist doch völlig unnötig, dass man nicht sagt, Putin ist schuldig an diesem Ausbruch. Zweitens, es gibt keine Rechtfertigung. Es gibt keine Rechtfertigung. Es gibt vielleicht eine Vorgeschichte, aber es gibt keine Entschuldigung. Fertig. Und da haben sich die SVP in ein wahnsinniges Loch hineinbudelt. Aber warum? Und er hat das Gefühl, er könne mit dieser Diskussion über Neutralität das annähernd retten. Ich glaube, so, wie er es jetzt gemacht hat, geht das nicht. Es funktioniert nicht. Sondern er tut sogar, wie du es jetzt im Prinzip beweisen hast, Neutralität grundsätzlich diskreditieren. Und das ist ein Fehler. Gut, aber er steht ja für eine wehrhafte Schweiz. Die ganze SVP, der Operst Blocher, hat gesagt, wir müssen uns wehren. Und die Schweiz ist eine Armee. Nicht, wir haben eine Armee, wir sind eine Armee, etc. Und jetzt erlebt man das, dass sich die Ukrainer wehren gegen einen Angriff. Einen klaren Angriff. Und da frage ich mich, warum spricht das der Ukrainer ab? Etwas, was er für die Schweiz absolut fordert. Genau das Gegenteil. Ist das einfach der Opportunismus? Wir müssen uns wehren, aber die Ukrainer, die können den Bach abgehen, die können ermordet werden, die können erobert werden, etc. Also ist das eigentlich gar keine richtige Ideologie, die er hat, keine Haltung, sondern es ist rein nur der, was ihm nützt. Der sieht das und der, was ihm nicht nützt, oder wo er es ihm schaden könnte, wenn er den Namen Putin für den Venen hätte, vielleicht die Firma Emschemi in Russland Probleme, oder, könnte man sich ja vorstellen, dort sieht es plötzlich anders. Und das ist meiner Meinung wirklich skandalös. Als erstes glaube ich überhaupt nicht. Ich glaube nicht, dass das Opportunismus ist. Er glaube, er glaubt, dass völlig die wehrhafte Schweiz sehr wichtig ist. Er hat immer die bewaffnete Neutralität überhaupt. Das ist vollkommen richtig. Aber, wo du recht hast, er erweckt den Eindruck, als gäbe es die Länder, wie zum Beispiel die Schweiz, wo sie dürfen wehren. Und es gibt andere Länder, die jetzt einfach Pech hatten. Die Geschichte hat sie halt nicht so günstig beurteilt. Deshalb müssen sie sich jetzt den Russen unterwerfen. Den Eindruck erwecken, das glaubt er aber nicht. Da bin ich tot sicher, dass er das nicht erkennt. Er schreibt es ja. Das ist ja das, woran ich kritisiere. Er lässt extra viele Sachen im Wagen, weil gewisse Leute auch in der SVP viel zu stark sich darauf kapriziert haben, Russland immer wieder zu verstehen, zu entschuldigen, vorgeschichten, bis ins 13. Jahrhundert zurück zu verlegen, um zu erklären, dass jetzt Putin vielleicht gleich einen Punkt hat. Das ist das Problem der SVP. Und wenn die SVP so weitermacht, und ich bin, ich bin, ja, ich muss sagen, ich bin ein bisschen, ich bin ein bisschen erschütternd. Ich bin entsetzt, dass Christoph Blocher jetzt auch den Fehler macht, weil ich glaube, es ist ein Fehler. Du kannst genau als Partei wie die SVP, die an die Schweiz glaubt, die an die Armee glaubt, die auch an das Recht von kleinen Ländern glaubt, unabhängigkeitsgenau. Es ist absurd, dass die Partei mit dieser Tradition auch nur ein Millimeter Verständnis äussert für Putin. Und noch einmal, ich finde, du kannst über Neutralität diskutieren, du kannst auch sagen, die Sanktionen sind ein Fehler gewesen. Aber dann gehört es einfach dazu, dass du zuerst einmal ganz lange darüber redest, was Putin anrichtet. Und wir wissen es, wir hören unglaubliche Geschichten aus dem Kriegsgebiet. Natürlich, wir haben es nicht ganz gesichert, teilweise ist das vielleicht auch Propaganda, das gehört zum Krieg. Aber es sind so viele Geschichten, und es sind teilweise so zuverlässige Quellen, es ist völlig klar, und wer draussen kennt, wie sie in den letzten 200 Jahren überall gewütet haben, wo sie nur einmarschiert sind, der ist absolut überzeugt, dass es eine Katastrophe ist. Und dass das viele Leute von der SVP nicht zum ersten Mal eine halbe Stunde das sagen. Und nachher sagen, gut, aber wir finden jetzt aus der Tradition von der Schweiz usw. Diese Diskussion finde ich noch okay. Aber dass du so weit gehst, dass du eben im Prinzip nachher den Eindruck erwächst, den Putin ist jetzt nicht so schlimm, ab Ignacio Gassis. Hei, 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 hei. Das ist absurd. Also, alles ist ja grossartig, was du gesagt hast, genau, gleich sehe ich es auch. Philippica, wo du da jetzt bringst, in der Form, wie wir es von dir noch nicht hören, nur ein bisschen, wenn du sagst, er lässt es im Wagen, er lässt es überhaupt nicht im Wagen. Es ist glasklar, was er sagt. Tust dich nicht irgendwie abnütteln, und tust es auf die Art, wie sie den verwischen. Das ist dann eben kurios. Willst du jetzt einfach ein anderes? Nein? Im Wagen? Ich kenne den Roger Köppel, kenne ich auch gut, aber Christoph Blocher kenne ich auch gut. Und beide sind Meister von der Kommunikation. Ich habe das Gefühl, er ist ein angeidertes Bistel. Sie sind nicht so blöd, wie du einmal der vielleicht das erhofft hast. Nein, sie sind nicht blöd. Sie lassen sehr systematisch und sehr bewusst offen, und das finde ich nicht gut. Es ist nicht offen. Machen wir mal, es ist offen. Der Köppel hat auch gesagt, der Putin sei nicht von einem Kriegsgericht verurteilt. Das ist nicht offen klar. Er hat es aber explizit gesagt, Christoph Blocher sagt das ja nicht einmal. Er äussert sich ja gar nicht zum Putin. Ja, ich sage nur zum... Wir wissen ja nicht einmal, was er denkt zum Putin. Ja gut, wir wissen einfach, dass er ein angeidertes Bistel ist. Und die Frage ist jetzt der Christoph Blocher, der eben die Möglichkeit von diesen Gratisblättern hat, die er auch posten konnte, wo er eben die Basel-Zeitung verkauft hat, im Gegenzug, wo du reich worden bist, durch den Christoph Blocher, er hat dich reich gemacht, er ist die Mentor gewesen, das kann man jetzt ja alles sagen. Und trotzdem, man ist jetzt da eine andere Meinung, dass er da jetzt langsam einfach untragbar wird. Man kann jetzt auch sagen, die SVP hat sich nicht geäussert zu dem. Man hat niemand gehört, wo jemand gesagt hat, ja das finde ich gut. Der Köppel natürlich, das ist ja klar. Aber alle anderen, die dort noch einigermassen auf dem Boden eigentlich auch von unserer Demokratie und von unserem Selbstverständnis stehen, haben sich nicht geäussert, was meinst du denn da dazu? Gut, du gehst jetzt viel zu weit. Erstens ist einfach völlig klar angehalten, mir ist der Christoph Blocher nie, er ist es auch noch nie gewesen und er wird es auch in Zukunft nicht sein. Aber ich habe das Gefühl, auch. Nein, das stimmt nicht. Das ist einfach nicht so und deshalb muss man sich wirklich mit dem beschäftigen, was er wirklich sagt und man muss auch glauben, dass er es ernst nimmt. Er meint und da kann man es ja auch kritisieren. Und zweitens, dass sich gewisse Leute in der SVP nicht äußern, ja klar, die sind auch ein bisschen unter Schock. Das ist logisch, weil es ist eine Provokation, was er gesagt hat. Es ist aus meiner Sicht eine bewusste Provokation und ich finde, es ist eine völlige unnötige Provokation. Es führt dazu, wie gesagt, erstens Neutralität wird diskreditiert, zweitens der Partei hilft das überhaupt nicht. Ich weiss gar nicht, ich verstehe es nicht, warum die sich so in Russland verliebt haben. Was ist los? Was soll das eigentlich? Das ist zum Beispiel auch eine der wichtigen Regeln gewesen, die Christoph Blocher immer gehabt hat. Er hat immer gesagt, ich mache mich zu ausländischen Sachen eigentlich nicht richtig äußern, weil man weiss es ja nie genau, was wirklich passiert ist. Und zweitens bringt das in einer schweizerischen Partei nichts. Und dass er da jetzt, natürlich redet über Neutralität, er würde jetzt sagen, nein, nein, ich rede ja gar nicht über Russland, sondern ich rede über Neutralität. Aber das ist nicht der Fall. Er tut jetzt Russland entlasten mit dem, was er sagt. Gut, also, wir haben es jetzt gesagt, wir haben es gehört, die ganze Diskussion ist notwendig und man muss sich wirklich fragen, wie das so weitermachen soll, dass Christoph Blocher zu ausländischen Fragen sich nicht gewiss, das ist natürlich falsch. In der Apartheid-Frage damals mal war er ganz klar und er hat sich auf die Zeit vom Apartheid-Regime gestellt, lange Jahre, vielleicht auch ausser Gründe, weil es für das Business noch gut war. Einfach die richtigen Kunden finden, einfach werben, ohne Streuverluste, einfach mehr Neukunden gewinnen, einfach profitablere Kundenbeziehungen aufbauen, einfach mehr Umsatz machen. Lassen Sie Daten für Ihren Vertrieb arbeiten. Daten von Dun & Bradstreet. dnb.com slash ch Reden wir über die Energiekrise in der Schweiz, wir sind in einer neuen Situation, eine Extremsituation, Extremszenarien, werden da aufgezeigt, mit Kerzen und Batterien etc. Wir haben dann zu wenig Strom, heisst es im Winter, und ich komme da nicht raus, ich bin nicht Experten, ich weiss nicht, ob du das willst. Warum sollen wir im nächsten Winter weniger Strom haben als im letzten Winter? Was ist denn anders? Das Hauptproblem ist, dass wir nicht importieren können. Und wir können die importieren, weil die Franzosen die Hälfte von ihren AKWs abgestellt haben. Da habe ich noch ein paar Fragen, da bin ich nicht ganz sicher, ob sie das nicht einfach aus taktischen Gründen machen. Im Januar sagen es April, April, Deutsche, wir müssen jetzt einfach zahlen und wir wollen noch die und die Konzession von euch, das könnte in meiner Meinung noch sein. Der zweite Grund ist, dass man eben kein Gas und kein, vor allem kein Gas oder nicht so viel Gas bekommt von Russland. Deutschland hat einen grossen Teil von seiner Stromproduktion entweder mit Öl, Kohle oder Gas betrieben und es zeigt sich eben jetzt, dass der ganze Ausbau was die Deutschen gemacht haben in der Windkraft, dass das eine sehr zwiespältige Sache ist, weil der Punkt bei Wind ist halt, du brauchst immer Backup und das Backup ist Gas, Öl und Kohle und an dem fehlt es jetzt und weil wir eine Strategie eingeschlagen haben unter Doris Leuthard, die falsch war, als ich es damals gesagt habe, der der Importstrom eine grosse Rolle spielt, wir selber nicht mehr so viel produziert haben, haben wir jetzt ein Problem. Gut, aber das könnte es sein, dass wir zu wenig Strom haben. Ja, von einem Jahr zum anderen, eben, weil wir haben immer noch die Atomkraftwerke, wir haben immer noch die Seen, die haben jetzt natürlich weniger Wasser wegen dem Klimawandel, ein anderes Thema, wo du ein bisschen anderer Meinung bist, als ich, weil wir noch nie so eine Zeit hatten, so tiefe Pegelstände im Rhein und an anderen Orten und Gewässern und Seen, wie in diesem Sommer, das kommt zusätzlich, also es ist ja sehr oft, dass dann mehrere Sachen zusammenkommen, aber eigentlich, das, was du am Anfang gesagt hast, ist wegen dem Strom aus dem Ausland, weil logisch, wir sind auf den Strom angewiesen und Deutschland liefert jetzt, obwohl sie es nicht gross an die Glocke hängen, liefert den Franzosen Gas, weil die eben zu wenig Strom haben wegen den Atomkraftwerken. Warum? Weil die haben Abkommen, weil die sind in der EU, wir haben kein Abkommen und wo du da jubiliert hast, dass da die ganzen Verhandlungen mit der EU abgebrochen worden sind, habe ich dort schon lange immer gesagt, wir haben kein Stromabkommen und das ist jetzt, alles natürlich noch viel extremerer, weil wir eben die Kriegssituationen haben und die Mangelsituationen haben, das ist jetzt, wo ein riesiges Problem kommen wird und das ist einfach schief gelaufen und das hast du irgendwie nie eingesehen. Mammel, das sehe ich völlig ein und ich bin genau deshalb der Meinung, dass du die Stromproduktion, die die einzige Energieproduktion war, die wir hatten, die wir selber machen konnten, dass wir die wenigstens selber machen sollten. Und es hat angefangen mit dem Ausstieg, jetzt kann man den Christoph Blocher noch einmal kritisieren, weil das finde ich das auch ein Fehler war. Ja, Kaiseraugsch war ein riesen Fehler, dass man es aufgeben hat. Äh, hat gesagt, Gott. Weisst du, was hätten wir machen sollen? Man hätte Kaiseraugsch zögeln sollen, im Kanton St. Gallen zum Beispiel, wo einfach vernünftig ist, nicht in die Birreweiche Nordwestschweiz, ich kenne sie gut, wo so eine Atomangst hat, wo ins Parapsychologische hineingeht. Das hätte man sollen machen sollen. Aber dort hat es angefangen. Wir hatten früher eine Stromproduktion in der Schweiz, die 100% autark war. Und warum hatten wir die überhaupt? Unter anderem auch wegen der Erfahrung vom Ersten Weltkrieg. Weil wir im Ersten Weltkrieg genau das erlebt haben, was wir jetzt wieder erleben. Wir waren damals abhängig von der deutschen Kohle. Die Deutschen konnten nicht mehr so viel Kohle liefern, weil sie es für den Krieg gebraucht haben. Deshalb hat man die SBB ganz schnell elektrifiziert. Deshalb hat man die Stromversorgung aufgebaut. Das hätten wir in den letzten 10, 20 Jahren nicht gemacht. Gut, wir haben natürlich ganz anderen Bedarf. Man merkt, der Strombedarf geht natürlich massiv hoch. Und eben saisonal gesehen sind wir nicht in jeder Situation in der Lage alles bei uns zu liefern. Mit einem Stromabkommen wären wir viel, viel besser unterwegs. Und darum jetzt also diese Situation, das hat also politische Gründe. Ich weiss nicht, ob jetzt die Verhandlungen mit der EU doch wieder aufgenommen werden oder ob man dann über die 8-Tag-Regelungen oder irgendwelche Kinkerlitzchen wieder stolpern, wo dann die Gewerkschaften und die SVP zusammen das Ganze wieder zum Fall bringen. Aber wir merken jetzt, es ist heikel, man könnte das nicht heranbringen. Und man könnte es nicht kurzfristig heranbringen, man könnte es nicht mittelfristig heranbringen, dass man das heranbringen. Und jetzt müssen wir aber kurzfristig mal überlegen, was da passiert. Und in Deutschland redet man jetzt von Sparanstrengungen, einerseits bei der Industrie, andererseits aber auch bei der Bevölkerung. In der Schweiz hat man noch gar nichts gehört. Und es heisst ja, es kommt dann irgendwann mal etwas. Und ich bin der Meinung, man sollte da wirklich ernsthaft darüber reden. Und ich glaube, es könnte funktionieren. Ich weiss nicht, wie es dir gerade mal kommt. Wir haben ja alle irgendwie ein schlechtes Gefühl. Da sterben, laufen Menschen in Europa. Wir machen eigentlich nichts, wir helfen nicht. Aber wenn wir helfen, eine pressige Situation, ausgelöst, vor allem von Wladimir Putin, dem kuriosen Typ, dass man die ein bisschen mildern könnte, indem wir auch ein bisschen verzichten, dann würden, glaube ich, die meisten Schweizer mitmachen. Glaubst du nicht? Ja, du kennst ja noch die Aktion von Adolf Oggi mit dem Eierkochen. Aber das ist keine extreme Situation. Das war herzlich, das war herzlich und alle haben gelachert und heute reden wir noch davon. Weisst du, das ist schon okay, man kann sicher ein bisschen sparen und so weiter, aber das ist nicht nachhaltig und es wird nicht passieren. Aber wir müssen den Winter durchbringen. Ja, es geht eben nicht nur den Winter. Aber vor allem. Nein, nein, das stimmt eben nicht. Das ist der Punkt. Putin wird natürlich jetzt immer als Vorwand gebracht. Aber der Punkt ist, wir haben eine falsche Energiestrategie gemacht, wo zu wenig Stromproduktion sichergestellt worden ist. Aus welchen Gründen auch immer. Dann hat man das immer zugedeckt mit zwei Sachen. Wir importieren nachher den Strom oder zweitens, wir haben das Stromabkommen. Das Stromabkommen ist eine völlige Chimäre. Du hast es vorher Frankreich erwähnt. Selbst in der EU, wenn der Strom wirklich ausgeht, das haben wir auch gesehen bei der Pandemie, ist jeder sich am nächsten. Das ist der Punkt. Das ist nicht Ich habe gerade gesagt, die Deutschen liefern jetzt sogar die Franzosen. Ja, weil die Deutschen Hurenangst haben, dass die Franzosen keinen Strom mehr liefern, weil sie ganz genau wissen, die Franzosen werden uns erpressen. Und ich kann dir jetzt schon sagen, Roger, das Verhältnis zwischen Frankreich und Deutschland ist genau aus dem Grund enorm angespannt und es wird noch angespannter sein, weil die Franzosen wissen ganz genau, den grünen Irrsinn von den Deutschen können sie jetzt ausnutzen. Die Franzosen sind nicht so birreweich wie die Deutschen und deshalb haben sie jetzt Stromkapazität auf die Dauer. Aber das Verhältnis zwischen Schweiz und EU ist noch viel schlimmer. Es ist überhaupt kein Verhältnis. Es wäre aber auch mit Stromabkommen nicht besser, aber gehen wir noch schnell zurück. Du hast vorhin gesagt, wegen dem Sparen. Wie gesagt, das ist okay, aber langfristig, mittelfristig ist das keine Lösung. Wir müssen mehr Strom produzieren. Einfach so. Und wir haben es in der Hand. Wir haben Geld, wir haben Ort, wir haben Technologie. Wir können AKW bauen, ein AKW-Bauer kostet sechs, geht sechs Jahre. Jetzt einfach reine Bauzeit, geht sechs Jahre. Gaskraftwerke könnten wir im Bierfeld im Januar ans Netz nehmen. Man könnte es mit Öl betreiben. Atomkraftwerke geht etwa 20 Jahre. Nein. Und es rechnet sich nicht. Nein. Es ist niemand bereit, das zu finanzieren. Das stimmt nicht. Weil der Atomstrom ist viel zu teuer. Nein, Roger, das stimmt nicht. Es gibt ganz viele, die sofort investieren, wenn sie wissen, dass politisch nicht die Unsicherheit ist. Das Problem sind Politiker, und zwar die linken Politiker. Nein, aber man könnte jetzt ja dann ein Projekt vorlegen, ist bis jetzt noch nicht gekommen, aber zum Beispiel die bifazialen Solarkraftwerke in den Alpen, die Peter Bodermatt seit Jahren vorgeschlagen hat und dort Winterstrom produziert werden in grossem Mass. Das heißt plötzlich, das müssen wir jetzt wieder Blitz herbringen vor dem Winter. Das wird natürlich nicht funktionieren, weil die Leute, die das installieren, die gibt es etc. vielleicht einen Winter später. Aber, Markus, es könnte jetzt passieren, dass es wirklich einen Schub wird geben, genau um solche erneuerbare Energien, dass man die jetzt fördern kann und dass das ein Teil der Lösung könnte sein mittelfristig. Aber nochmal, glaubst du jetzt, die Bevölkerung, die meisten Leute werden helfen, sagen wir, die Temperatur runtergehen, wir hier im Radio sind dann bei 19 Grad statt mit 23 Grad, das machen wir, das werden wir machen. Und das machen wir die Hau, Das machen wir, das ist okay, aber das machen wir die ersten paar Wochen. Und weisst du, das reicht nicht, wir brauchen Strom in den Spitälern, wir brauchen Strom beim Zahlen, wir brauchen Strom in den Banken, wir brauchen so viel Strom. Die Leute sind sich nicht mehr bewusst, wie viel Strom wir brauchen. Aber das ist falsch, wenn du das jetzt sagst. Ja, rede mal mit dem Jugendlichen und seinen Handys und sage ihm dann, ja, jetzt tust du mal zwei Wochen ohne Handy hochkommen, das ist nicht realistisch. Nein, aber es ist einfach, wenn du das jetzt wieder abnäutelst und man weiss, wenn zum Beispiel um 3 oder 4 Grad im Winter die Temperatur runtergebracht wird, wo man immer noch gut leben kann, ohne dass man da klamme Finger rüberkommt und dann nicht mehr kann irgendetwas döckern etc., dann ist das massiv, dann geht vielleicht der Verbrauch um 20% zurück und das würde wahrscheinlich schon lange. Ein Volk, das so viel Maske getragen hat, ohne dass man vielleicht gewusst hat, ob es etwas bringt, weil sie so Angst hatte vor dieser Krankheit, hast du wirklich das Gefühl, so ein Volk sagt dann, ja, wenn es ein bisschen kälter ist, mit dem kann man auch leben. Es ist nicht mehr so. Schau, und du bist Ökonom, Roger, du bist Ökonom und du bist genug lange auf dieser Welt, dass du mir kannst sagen, ab deiner Geburt bis jetzt, wie sich der Energiebedarf vom Menschen entwickelt hat. Es gibt kein einziges Jahr, wo der Energiebedarf zurückgegangen ist. Eine moderne Gesellschaft wird immer mehr Energie und alles, was uns zwei lieb und teuer ist. Der Rechtsstaat, Menschenrecht, Wohlstand, Freiheit, alles das geht mit mehr Energie. Wenn der Mensch wenig Energie hat, dann haben wir Mittelalter und dann werden die Fürsten Bauern wieder ausrotten. Also, man gehört den Markus... Energie ist gut, Energie ist gut, es geht nicht zurück. Also, ich glaube, man wird das machen und ich hoffe, dass das die meisten Leute machen. Ich werde es machen, du nicht. Okay. Also, ich glaube, da tut man einen Beitrag leistet. Ich habe nicht gesagt, ich mache das, ich mache es schon noch aus Kostengründen, es ist so verdammt teuer geworden. Also, reden wir über Donald Trump, auch ein Thema, das uns schon länger begleitet, etwa fünf Jahre, sechs Jahre, es hört nicht mehr auf. Er hat Geheimdokumente, und zwar von der allerhöchsten Geheimstufe hat er in seiner Anlage, hier in Mar-a-Lago, in Florida, hatte sie nicht zurückgegeben, sie sind schon mal gekommen, hat er 15 Kisten zurückgegeben, aber offenbar nicht alles. FBI hat das gefunden. Und die Frage ist jetzt, und da frage ich dich, du als Trump-Intimus, oder? Warum hat er das gemacht? Was ist der Sinn vom Ganzen? Das ist kurios. Hä? Kurios. Ja, ist sehr kurios. Aber so, wer die Kisten mitnimmt. Ja. Ja, weil erstens, so wie ich Trump einschätze, ist er für ein schluderiger Sieg, und er ist ein todsicheren Sammler, über die, wo man bei ihm im Büro war, hat mir erzählt, das ist jede Hure-Medaille, wo er irgendwo in einem Kaff irgendwie rüberkommet, weil er einen Rang 3 gehabt hat, in einem Wrestling-Wettbewerb ist aufgehängt, er ist ein Sammler, er hat sich so wohlgefühlt in diesem weissen Haus, hat das so irrsinnig gefunden, hat einfach gefunden, ja, ich brauche einfach das Material. Aber man weiss ja, er hat ja diese Sachen gar nie gelassen. Er hat ja die alte Unterlagen. Das weisst du, das wissen wir nicht. Das zeigt ja jetzt gerade, dass er Unterlagen offensichtlich sehr ernst nimmt, sonst hätte er sie ja nicht mitgebracht. Nein, es könnte ja auch noch andere Gründe geben, dass er mit denen etwas macht. Der hätte es ja gescheiden verbrennt, oder? Nein, er hätte es ja vielleicht irgendwie benutzen können, für gewisse Sachen. Man weiss, Sie sollen jetzt Ihren Prozess machen, ich will den Case sehen. Jetzt haben Sie unter einem riesen Aufwand die Hausdurchsorgung gemacht. Das ist nicht so gross. Ja, das ist wohl, der 30-Agent ist nicht schlecht, das ist zweitenswert schwer bewaffnet, das ist recht ungewöhnlich. Jetzt sollen Sie Ihren Case bringen, Sie sollen zeigen, was da, und ich kann Ihnen sagen, es wird wieder ein Nothing Burger. Gut, also wenn wir schauen, also entweder gibt es eine Anklage gegen Trump, oder der Justizminister Merrick Garland muss zurücktreten, es ist jetzt wirklich ein High-Stake-Game. Also ich rechne mit Anklagen. Ich glaube, es kommt zu einer Anklage, aber es kommt nie zu einer Verurteilung. Ah, okay. Aber Sie werden so lange machen mit dieser Anklage, dass es eben dazu wird führen, dass Donald Trump wahrscheinlich nicht in den Kanad retten kann, das ist das Ziel. Und wenn das passieren würde, dann muss ich sagen, Gute Nacht Amerika, das gibt wahnsinnige Spannungen in diesem Land. Genau, und die werden geschürt, vor allem von den Republikanern, etc., die greifen dort das FBI an. Das FBI darf kein Mittel mehr haben, es muss abgeschafft werden. Das Gleiche, wo die Linken dort, oder ein paar extreme Linke gesagt haben, bei Black Lives Matter, defund the police, also die Polizei soll wenig Mittel haben. Jetzt hat ausgerechnet die republikanische Partei, die Partei für Recht und Ordnung, etc., die das FBI auflösen oder irgendwie entkernen und überhaupt die Polizei, etc. Also es ist ganz extrem, was jetzt da abgeht. Und die Republikaner sind sofort, wo das geheißen hat, es gibt eben da die Suche in diesem Mar-a-Lago, sind sie sofort auf der Seite vom Trumps. Nachher rausgekommen ist, dass die grössten Geheimstufen, die bei diesen Dokumenten zum Teil erreicht worden sind, haben sie zum Teil ein bisschen zurückgepustet. Man weiss noch nicht genau im Detail, warum weiss man es nicht. Das Affidavit, wo alles das drin ist, kann nicht veröffentlicht werden, sagt das aus dem Staatsministerium. Wieso nicht? Das ist so komisch. Das ist auffällig. Nein, das ist auffällig. Nein, Markus, da kennst du dich ein bisschen zu wenig aus. Die Affidavit werden im Prinzip nie veröffentlicht. Warum? Weil die Namen drin stehen, weil die Quellen drin stehen, etc. Da kannst du alles ausdrehen, das ist gar kein Problem. Ja, das wird wahrscheinlich jetzt auch passieren. Der Alan Dershowitz, der noch ein bisschen Bäh daraus kommt, als du, einer der besten Juristen von diesem Land, habe gesagt, mach es unbedingt öffentlich, ich will sehen, was drin steht, ihr könnt es auch redacten, also schwarz machen. Weil sie haben keinen Case. Ich bin absolut überzeugt, sie haben wieder keinen Case und deshalb können sie es nämlich auch nicht veröffentlichen. Und was ich noch schnell wollte sagen wegen der Bundespolizei, das tue ich jetzt natürlich auch wieder alles ein bisschen vermengen. Die Defund Police ist darum gegangen, wirklich die Polizei wirklich einfach das Geld wegzunehmen, die in der Stadt ist, die Dorfpolizei ist, die Stadtpolizei ist, das FBI ist ein bisschen etwas anderes. Die Bundespolizei war nicht einmal das Thema bei der BLM, sondern es war die andere Polizei. Und die Bundespolizei FBI muss ich auch sagen, ich bin froh, dass wir kein Pusipo bekommen haben, wo Kurt Vogler seiner Zeit hat wollen. Da schliesst sich wieder ein Kreis. Das habe ich immer sehr problematisch. Das FBI ist eine problematische Behörde geworden. Also an der Spitze vom FBI ist der Mann, der von Trump benannt wurde, ist der Mr. Ray und er ist immer noch dort. Also schauen wir, was in Amerika passiert ist, seit wir das letzte Mal gesprochen haben. Joe Biden hat unglaublich viel durchgebracht, Gesetze gegen Inflation, für Umweltschutz, für Infrastruktur, der Benzinpreis, der wichtigste Preis in Amerika überhaupt, sinkt laufend etc. Und alle, die glaubt haben, bei den Midterm Elections werden die Republikaner gross abräumen und die Demokraten werden untergehen, weil Joe Biden seine Beliebtheitswerte immer noch tief sind, vor allem natürlich auch wegen der Afghanistan-Situation etc. stehen jetzt besser da, auch wegen der Abtreibungs-Debatten, die noch aufgeheizt werden, weil jetzt Republikaner auf nationaler Ebene Abtreibung verbieten wollen. Also es hat sich alles ein bisschen geändert und wenn das so weitergeht, werden die Republikaner eben nicht richtig abräumen. Was sie meistens machen, eben die Partei, die nicht in der Regierung ist, die nicht am Ruder ist, gewinnt haben ist bei den Midterms, das könnte jetzt anders sein. Ja, das sehen wir jetzt. Du bist ja so ein guter Prognostiker wie ich. Keine Ahnung, wie das rauskommt. Nein, die Werte, wenn man es ja anschaut. Ich glaube nicht, die Beispiele, die du alle gebracht hast, ich bin nicht sicher, dass das Joe Biden wahnsinnig hilft. Wichtig ist, wie die Inflation aussehen, wenn die Wahlen sind. Wichtig ist, wie die Leute die Wirtschaftslage einschätzen. Zurzeit sind alle Umfragen gezeigt, dass irgendwie unglaubliche Prozentsätze von den Leuten finden. Nein, das Land ist in die falsche Richtung unterwegs. Ja, unter anderem, weisst du wieso? Weisst du wieso? Das schadet Demokraten, sie sind in der Macht. Das spielt ja keine Rolle wieso. Es spielt gar keine Rolle wieso. Weisst du, was der Grund ist, wieso sie haben das Gefühl, die die falsche Richtung? Weil Demokratie in Gefahr ist. Und wer setzt Demokratie in Gefahr? Sind die Republikaner und der Trump. Dann würden sie ja die Erfolge und würden genau das machen, was du sagst, dann würden sie Demokraten unterstützen. Du hast selber vorher gesagt, Joe Biden ist immer noch unglaublich unbeliebt. So wie der Trump war. Aber der Trump ist etwas Spezielles. Der Trump hat man, nein, der Trump hat man gewiss, der polonisiert, wie wahnsinnig. Und deshalb hat man das Gefühl, das ist eine Gefahr für die Demokratie. Joe Biden hätte einen sicheren Wert sein sollen. Alle sind überrascht, dass er so abgesagt ist, weil er so unfähig ist, wie alle gewusst haben. Barack Obama hat es immer gesagt, hat selber über seinen Vizepräsidenten nicht zuerst schmeichelhaft gesprochen. Schau, das ist eine Flasche, aber jetzt ist er sogar mental nicht mehr genug zu wegen. Wie die Midterms ausgehen, keine Ahnung, was passiert. Das sagt der Markus Sohn seit langem. Also er hat jetzt mehr Erfolg im Parlament gebracht, als der Trump, in vier Jahren. Eine Vorlage hat er durchgebracht. Nein, mehrere, eine nach dem, ich kann gar nicht alle aufzählen, mehr sogar als Obama in den letzten zwei Jahren, wo er nicht mehrheit hatte. Er ist auch in Sachen Ukraine, ganz klar, hilft da, was du auch gut findest. Und der freundliche ist zum Schluss, wer ist jetzt von diesen beiden Politiken mental besser zu wegen? Der Joe Biden oder der Christoph Blocher? Der Christoph Blocher, tausendmal mehr. Das ist ja der Vergleich, der Biden lässt nicht so einen Stuss raus. Erstens ist der Joe Biden das ganze Leben lang IQ-mässig weit weg von dem, was der Christoph Blocher aufweist. Wie du auch weisst, der Joe Biden ist jetzt einer der durchschnittlichsten Politiker in Amerika je. Das ist ja eine Steigerung. das ist ja durchschnittlich. Nein, also wirklich. Und er wäre nie Präsident worden. Er müsste eigentlich jeden Tag betten, danke, liebe Gott, dass du mir Donald Trump geschickt hast. Und Trump wäre dann nie Präsident worden. Genau. Und darum muss der Trump, die Person, die Amerika seit sechs Jahren fasziniert oder auch erschreckt, die darf jetzt nicht nochmal ins weisse Haus reinkommen. Auch wenn viele Leute aus der Partei, die dich besser finden, das genau erreichen wollen. Wir werden über das sicher weiter reden. Das sind ein paar Themen, die uns nicht ausgehen. Danke vielmals für die Aufmerksamkeit. Nächste Woche geht es weiter. Hier bei Roger gegen Markus. Alles Gute. Und jetzt viel Spass im Programm von Radio 1. Radio 1 Wetter wird repräsentiert von Das ist ein Radio 1 Podcast.